It's popping off like a champagne bottle Oh, 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 so bitte handvoll Boah, der ist viel schneller, der Electric Furnace, alter Ah, viel schneller Stimmerkohle wegen Messerator, ne? Äh, was fehlt uns jetzt noch? Äh, Maschinenblocks, ne? Äh, ja, also RefundEiron halt Jaja, äh, was noch? Irgendwas Ja, wie, äh, kannst du mal gucken, wie viel Electric, äh, Gedünse uns noch fehlen? Wir haben 5, also 6 eigentlich, 2 müssen uns, glaub ich, noch fehlen Also Electric Gedünse Burkets, ja Burkets, ne, wir brauchen 16, Daniel Ah, dann weiß ich nicht grad, wie viel auswendig fehlen Okay Mit der Electric, äh, Furnace, der ist auch mega schnell Ach, Quatsch, ist voll gut Und falsches Gerät, genau Messer ist der Moment, äh, Heat Was weiß ich, äh, Flo kann nicht mal nen Stab haben Warum? Brauchst den? Ja, kannst den haben Ja, ich würd gern, ich würd gern ein bisschen minen gehen Ja, musst herkommen, kannst den haben Wegen, äh, Sachen holen Ja Wenn wir uns so'n, äh, Induction Furnace gönnen Der ist ein bisschen teuer, aber Lass es, lass es nachher machen Ne, jetzt, damit wir das schnell machen können mit dem RefundEiron Äh, ja, dafür müssen wir auch erstmal wieder RefundEiron aufopfern Und, ja, drei Stück, aber Ja, mach, mach ruhig Die, die drei können, ne, drei Ne, das sind sieben Ne, das sind nicht drei Die sind zu viel Zu viel? 6 bis 9, wir sind Äh, 15 brauchen wir dann, glaub ich Ja, mach halt Okay Hallo Jo, danke Bitteschön Äh Warte, vorher lade ich aber noch mein Jetpack auf Jo, ist meins fertig? Äh, ich hab dir deins vorhin geworfen, schon Echt? Ja, guck ihn an den Mittag Ja Wenn man direkt verbraucht, ich mein, warum nicht? Ähm Verdammt So Verdammt Ich bin doch noch irgendwo ein bisschen vonseh hier Was? Äh Schön Rote Wunder lässt sich wieder beheben Ansonsten sieht's gut aus, so Was? Bald Nein, bald Nein, bald Bitte? Danke Mir egal Der kleine Florian offline Oh, muss der kleine Florian offline Tunnel Muss ich überhaupt nicht Jaja Muss ich echt nicht Messerator Messerator Den brauche ich jetzt Ah, Co, das machst du schon Den Kompressor irgendwie anschließen Ähm Hol irgendein Hol ein Copper Cable und schließ an Oder hol halt einfach Copper Cable und schließ an Warte mal, ich muss doch irgendwo noch Nö Also einfach an das andere dran Das sollte sogar noch du hinbekommen Hat noch ein Glaskabel Geht doch auch, oder? Ja, Glasfaserkabel eben Geht auch Voll egal Bumm Nämlich mit Kupfer, Eisen, Kohle, Zinn Das Factor, das ist Zinn Brauchen wir Ja, hier ist ein Enderman Gibt's eigentlich auch Enderman Köpfe? Bestimmt LOL Der Enderman hat grad vier Enderperlen gedroppt LOL LOL Kannst du mir doch so im nächsten Auge machen, oder? Was? Kannst du mir dann demnächst so ein Auge machen? Ja, kann ich tun, ja Ja, ja, ja Nee, jetzt nicht mehr Nein, nein, nein Nein, nein Ja, ja, ja Ja Nee, nee Nee Geil Oh, ja, nee Kannst du eigentlich einen Induktion-Fanis machen, oder nicht? Ja, kann ich Ich bin auch dabei, ja Ja, okay Dann geht's ganz auch schneller Wie schön als dem Glauben hier Ja, ich weiß, ich weiß wie der abgeht, Alter Na, so, äh, du könntest auch einen Rotary Macerator machen Also wenn's geht Ja, ich schau mal Ja, ich schau mal Ja, ja Weil der ist auch richtig krass, Alter Ja Großteil irgendwie, die Bisse ist halt einfach das ganze rumgefarmt, dass man, ah, das gehört halt dazu Und halt viel bauen, sehr viel sogar, also craften Wie halt in Minecraft, auch. Also hier ist halt noch ein bisschen extremer Ja, das ist viel extremer, Alter Ja Klar, ein bisschen Klar, ein bisschen Weil wenn du das nicht hast, kannst du das nicht machen Wenn du das nicht hast, kannst du das nicht machen Dann musst du die Maschine machen, um das zu bekommen Und du musst die Maschine machen, um das zu machen, und das zusammenzudrücken, und das machen, und das und das und das ich habe es sehr viel Nerv gebraucht um dann die Bienen zu züchten also ich hab's doch irgendwie hingekriegt und doch muss ich immer noch ganz viel muss mit den Bienen immer noch mega lange warten bis sie wirklich was machen können weil bis jetzt ist das neueste was ich machen konnte Kakaoboom ich hab voll viele Waben die muss ich mal in die Zentrale ich zeigte eigentlich in der Schule auch so wenn du mal niesen musst keine Ahnung oder ist das nur jetzt hier auf Vorzeigen dieser ah ne also wenn dann wenn dann eigentlich na nicht äh ne eigentlich nicht weil in der Schuße in der Schuße ja was ist los ich hab die erst gefunden du meinst dann nimm meine Lachspitzhacke nimm meine Lachspitzhacke ich hab grad aus vier Diamanten elf stück bekommen ach so mach's nach warum sind wir eigentlich in der Eingangshalle fragt Daniel Daniel warum sind wir in der Eingangshalle Daniel warum antwortet nicht na Daniel du willst du antworten ich weiße wird der Hohenzoll ist vor Ort und hat immer seinen PC hat er immer töten ja ok aber ich war das vier diamanten 11 so ich brauche eine Branche ich brauche Kupfer habe ich noch irgendwo hier ich brauche 10 Kupfer 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 in dem Kupfer wo ist mein ganzes Kupfer hin dann muss ich ja das ganze Kupfer ah nee hier irgendwo ist das ich habe so viel Eisen gefunden aber ich dachte die ganze Zeit das wäre Kupfer doch war das gar kein Kupfer das waren die ganze Zeit nur Eisen so ich habe jetzt einen Dachstum für uns hast du den? ja dann macht den Elektrik weg und hab ich schon ich hab den Elektrik gebraucht ja ok du was muss ich denn in den was soll ich jetzt erstmal den Induction reinmachen äh Iron würd ich sagen oder? und Iron äh sollen wir dann auch noch den Rotary Insurator machen? ja genau das ist meins das habe ich da hingelegt also in die Tiste gelegt da hier bei mir gerade eben ja damit es nicht verloren geht das schon wieder verloren geht äh ich hab kein Eisen mehr bei mir da musste wohl zu uns doch ich 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 form schon ist nur ein Eisen ich hab grad eh ein bisschen Eisen gefarmt und so und ein paar Maschinenblocks machen Alter ja Tommi mit Eisenschwert leckt mich am Arsch Alter das hätte mich fast gefickt ich möchte nicht am Arsch lecken trotzdem danke fürs Angebot ja ich war dann schon wieder so pervers echt so warum denn er hat so eine Frage gestellt beziehungsweise er hat eine Aufforderung gestellt ich hab geantwortet ja dann leckt mich schon die ganze Zeit die Kimmer Alter glaub ich sofort ja ja ich hab jetzt 6 Generatoren hab ich grad eben schon mal so darf ich unser ganzes Eisen nehmen ja von mir aus ja er nimmt es für einen guten Zweck ja für Yu Yu Mater ja so was ist Zweck genug damit ist unser damit ist unser Keller fertig ey ich komm wieder ich hab jetzt bisschen was gefarmt ok du musst jetzt das ganze Eisen rasten ich hab aber grad wieder ein bisschen Eisen gefarmt egal wir haben selbst nicht mehr so viel Eisen cool ok alles vorky kannst du jetzt einen Rotary Messerator machen? äh wartet in Induction Furnace musst du overpowern ne kannst du mit overpowern? den musst du äh äh erhitzen weiß und wie? ja mit Roche und zum Beispiel das Eisen reinlegen nein äh mit einem Hebel so ach stimmt ja da war ja was kein Spaß Alter ne es geht halt wirklich mit einem fucking Hebel ja ich weiß ähm mir mach einen mach einen ne ich mach einen ich hab schon einen boah Lappen ja ach ja wir triefen denn Big King XXL ich bin doch drinnen gefallen oha ja mach dann halt auch drauf oh da passt jetzt so viel ja so hä der sitzt aber an ja der war aber auf 1 warte noch warte kurz so also was machst du da? ich hab keine Ahnung warten und du? ne warte lass es so machen ne warte 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 das ist dämlich das ist erstmal Messerraten dann kriegen wir mehr raus dann kriegen wir mehr raus ja Leute warum bist du so dumm sind hä hä ja die ist nicht wieder schuld Regen auswitzen vor allem wir haben jetzt eh grad so viel äh EU das es sein könnte dass es für die Nacht reicht ich brauch Refined Album hab ich ich hab mir zwar nicht sicher aber guck weil dann kriegen wir ja schon mal 2 als Molten ja ok Flo du musst wieder ein bisschen sortieren wegen Alleskiste gleich ne weißt du Tim ach ja diese Ironie warte mal ich brauch Cole das Tim oh scheiß ich liebe die Alleskiste hm kann man das alles reinpacken ich brauch ein bisschen cold ist jetzt brauch ich das bringe Jimmy ja hol dir ja wo hast du es hingepackt weiß es nicht gut ich hab dabei ein bisschen da drin irgendwo hm nein ich hab noch nichts erforscht ich hab noch nichts erforscht vielleicht schon alles das ist alles in chinesische Schrift ich hab schon alles erforscht alles nein nein Spaß nicht all ja vieles ja stimmt eigentlich echt fast alles kann man eigentlich mit den Golems machen kannst du arbeiten lassen mach mal welche irgendwie ja ich weiß nicht ja ja ich ich die hab ich noch nicht ganz erforscht und ich weiß auch nicht richtig wie die funktionieren ja findste raus irgendwie oder geh mal kurz dann passen und ich mach das eigentlich ich bin kompliziert irgendwie sag die nicht äh Daniel ja äh wieviel Maschinenblocks haben wir weiß ich nicht ich bin grad wieder an meinem äh hier schauen ja kein musst du die hin keine Ahnung hab ich gesagt warum haben wir alter Arsch ich hab keine Ahnung gesagt nicht äh keine ja aber trotzdem ist denn keine da ja ja mögliche Mutation ich hab die erste mögliche Mutation gemacht aber ich weiß nicht wie ich die mutiere so gern wie ja 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 ja